Der Refrain beginnt mit einem C-Dur. C-Dur, die A-Seite, G, H, G, H, G, H, G, jetzt der kleine Finger auf den dritten Bund, H-Seite, wieder die H-Seite, G, D, kleine Finger weg, H-Seite, G-Seite, D-Seite. H-Seite und G-Seite noch dazu. Erster Bund E-Seite, leere E-Seite, dritter Bund H-Seite, erster Bund H-Seite. Erster Bund E-Seite Amen. Zweiter Finger auf die A-Seite. A-Seite zupfen, D-Seite, G-D, H-G-D. Der Mittelfinger kann jetzt weg, kleiner Finger oder Ringfinger auf die E-Seite im dritten Bund. Erster Finger auf den ersten Bund E-Seite, leere E-Seite und dritter Bund H-Seite. Dabei zupfe ich mit dem Plektrum weiterhin die D-Seite und für die hellen Töne benutze ich den Ringfinger. Für die E-Seite den Ringfinger und für die H-Seite den Mittelfinger. Ein A-Moll, A-Seite, D-Seite, G-D, H-G-E. Kleiner Finger zum A-Moll, im dritten Bund auf der H-Seite. H-Seite, G-Seite, D-Seite. Kleiner Finger wieder weg. A-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Musik Dann wieder ein F, D-Saite, A-Saite, D, E, D, A-Saite. Und zum Schluss ein G. E, E-Saite, E-Saite, A-Saite, E-Saite, D-Saite, A-Saite, G und D-Saite. Musik 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 Abonniere meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik